Wegen Namensänderung, Amira Pocher schießt gegen Ex-Oli Amira Pocher, 31, kocht vor Wut Seit ihrer Trennung von Oliver Pocher, 46, im vergangenen Jahr lieferten sich die beiden Streithenne immer wieder einen öffentlichen Schlagabtausch. Zuletzt forderte der Komiker seine Verflossene auf, nach der Scheidung ihren Geburtsnamen wieder anzunehmen, das stieß der Moderatorin jedoch übel auf. Seither werde sie von Nachrichten seiner Follower bombardiert, weshalb sie sich stark unter Druck gesetzt fühle, wie sie in ihrem Podcast Liebesleben erklärt. Und da rede ich auch ganz bewusst von Oli, der kein anderes Thema mehr hat, außer diesem Namen, als würde ich nur davon leben. Und er weiß es doch am besten. Er weiß ganz genau, was der Plan ist. Und langsam glaube ich, das ist schon so geplant platziert, dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit, dass, wenn es dann passiert, er sagen kann, nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht, dass sie von der Berühmtheit ihres Noch-Ehemannes profitiert habe, wolle sie gar nicht abstreiten. Dass sie auch noch nach der Trennung im Showbusiness unterwegs sei, sei allerdings ihr eigener Verdienst, betont sie. In ihrem wütenden Monolog holt die Influencerin auch gegen Ollis Ex-Frau Sandy Meyerbüldin, 41, aus, die Amira nach der Trennung im gemeinsamen Podcast ersetzt hatte. Wie viele Frauen hat Oli schon gehabt? Und jetzt schau dir mal sein Umfeld an. Wer profitiert gerade von Oli? Wer? Ich? Ich mache mein Ding. Wer profitiert von ihm? Da sagt niemand was, schießt sie gegen Sandy. Zuvor hatte der Comedian in seinem Podcast die Pochers frisch recycelt erklärt, dass er grundsätzlich dafür sei, dass sie den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen. Das Argument, dass viele Frauen so heißen wollen wie ihre Kinder, verstehe er nicht. Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020